du brauchst upgrades auf jeden fall ein priester erst einmal ja gut schicken wir trupp 4 auf die mission trupp 1 schicken wir hierhin trupp 2 dahin und trupp 3 hierhin waffen jetzt fehlt nur noch das hier sehr gut neue kostenlose einheit oh wir haben schon mal was ist mein scharfschütze gestorben in dem squad ohne dass ich es gemerkt habe und da ist der timer für die große heldenwelle die kostenlose einheiten fehlen denn noch jetzt wahrscheinlich eine ja habe ich richtig gesehen die da können wir verpuffen lassen oder wir lassen ihn hier verpuffen ich glaube er sie gut hier geht was es ihr könnt da nichts essen zurzeit weil da kein im drin hockt jetzt können wir aber könnten wir aber theoretisch einen da reinstecken sobald so schreckensfürst upgraden dich upgraden und ich euch da hinschicken euch upgraden ich kann ich nicht upgraden aber dich und euch hier ja die müsste ich eigentlich auch noch upgraden wie viel zeit bleibt mir ein bisschen zeit na gut spot 1 zieht mal los und schnell materialien damit ich die auch upgraden kann squad 3 ist kann ich jetzt die küche besitzen ja kann ich und wir haben die drei punkte für den da wir sind wirklich überall grün 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 da fehlen noch zwei für die dann für den dungeon wobei ich mich frage wie man den da noch weiter steigern kann ich habe es eigentlich nie weiter geschafft als stufe 8 ich hoffe mal das helden moschen wird die antwort sein materialien sehr schön und ich habe glaube ich jetzt genügend ja ich habe genügend einheiten das heißt die beiden schicke ich mal als kanonenfutter nach vorne oder so ich habe mir noch mal materialien besorgt sehr schön so trupp 1 geht noch mal essen in anderen trupp sieht keiner danach aus als ob er tank und schadensfuzzi also pet dingster boomster wie man es auch immer nennen möchte so ihr ist noch da kommen meine beiden opfer lämmer sehr schön ich kann noch ein squad mit einem tank pet pet ausstatten sehr schön so ihr bleibt hier ihr wartet hier gleich kommt nämlich die große böse heldenwelle große böse voodoo ja dann weiß ich leider auch nicht wie man den dungeon weiter steigern könnte entweder hätte ich dazu noch die räume gebraucht einfallende helden wenn ich glück habe teilen sie sich jetzt erst einmal auf und ich kann sie erst einmal einzeln bekämpfen ja gibt es schon mal gut ja einer wurde schon mal zermatschgott ich hoffe mal sie lassen meine schatzkammer in ruhe nein die haben sie kaputt gemacht wahl schafft mal ersatz im seran äh was heißt kein arbeiter verfügbar die ist die kann meine schatzkammer in meine kammer nicht reparieren das ist jetzt doof na gut jetzt ist wenigstens die heldenwelle weg und ich kann mich wieder um wichtigere sachen kümmern zum beispiel euch so eine zerfleischer bestie hinzufügen greife die blaue station an na gut ist sein muss so ihr kriegt auch ein hexler und ich verzweifeln versuche meine schatzkammer zu rep meine vorratskammer zu reparieren heroes are entering your dungeon oh no our agent has been captured what did i say you must lure the guards away before mr blonde starts searching the bookshelves this is a minor setback though knowing mr blonde he will escape and get back to business pretty soon prepare yourself and don't fail him again go y'all warte bis bis zur blonde fliehen kann ich lock doch die wachen schon die ganze zeit weg ok mr blonde has escaped and is waiting for you to attack a security station mr blonde will start moving the second you enter a security station he'll start with the blue station so attack that one first okay diesmal hat er es irgendwie geschafft kann ich mich raus porten ja kann ich okay so bauten wir erst mal so jungs zum essen und bauten wir hierhin greife die rote station an ja sobald alle gefüttert sind hatte ich nicht den befehl gegeben nach wurde schon wieder meine jungs von helden geschlachtet so dankeschön da geht dass ich meine meine vorratskammer zurückbekommen habe so der trupp fehlt noch auch du hast level ab sehr schön das müssen wir gleich mal aus und dann schicken wir mal hier durch nicht weg porten ich hab euch auch lieb So, wollt ihr mich ärgern? Wer hat euch gesagt, dass hier wieder da... Was ist mit euch los? Warum tut ihr das? Genauso, warum werdet ihr ständig desselektiert? Ist das Ziel erreicht? Warte bis Blond... Genau, ich will die einfach töten. Ja, der ist wieder zurück, aber für wie lange, wenn sich die Gegner weiter da aufhalten? Das ist ja nicht eine komische Mission, aber wirklich. Gut, er kann an den KGD-Agenten einfach vorbeilatschen. Schon mal sehr toll. Oh, der Trupp hat Level 3 fast erreicht. Warte bis Mr. Blond fliehen kann. Wie oft wurde der jetzt getötet? Wehe, ihr portet euch wieder weg. So, dankeschön. Für den und den sieht das schon mal gut aus. Warum ihr hier?